Hallo und willkommen zum Video Lernzyklus Maßstab. Mein Name ist Carmen und ich darf dich durch diesen Video Lernzyklus begleiten. In diesem Lernvideo geht es darum, dass du danach weißt, was ein Maßstab ist, wozu man ihn braucht und du eine erste Idee bekommst, wie man Angaben in einem Plan oder einer Karte in wahre Längen umrechnen kann. Hier ein kurzer Sicherheitscheck. Für dieses Video solltest du schon fit beim Thema Längenmaße sein. Stoppe das Video und rechne die angegebenen Größen in die angegebene Maßeinheit um. Du weißt bei dieser Aufgabe nicht ganz genau, wie das funktioniert? Dann schau dir besser davor den Video Lernzyklus Längenmaße nochmal an. Stoppe das Video jetzt. Hier findest du die Lösungen. Drücke noch einmal auf Pause und kontrolliere deine Ergebnisse. Noch etwas, bevor wir jetzt endlich anfangen. Mit dem Maßstab können wir Objekte in der Wirklichkeit auf einmal ganz klein erscheinen lassen. Wie sehr verkleinert wird, hängt von der Maßstabszahl ab. Ist diese sehr groß, wird das Objekt sehr klein dargestellt. Klingt ein wenig verwirrend, oder? Ist es aber nicht. Ich zeig dir gleich, wie das funktioniert. Das ist Katharina. Katharina möchte in den Urlaub fahren. Am liebsten würde sie eine Weltreise machen, um alle Sehenswürdigkeiten der Welt einmal zu entdecken. Nur hat Katharina leider nicht so viel Zeit. Ihr Freund Lukas bringt sie aber auf eine tolle Idee. Wir könnten nach Klagenfurt in den Miniaturenpark Minimundus fahren. Dort kannst du dir sehr viele Sehenswürdigkeiten anschauen. Voller Vorfreude erzählt Katharina ihrer Freundin Marie von ihrem Vorhaben. Auch ihre Freundin Marie ist begeistert und möchte wissen, wie weit Wien denn eigentlich von Klagenfurt entfernt ist. Katharina weiß die Antwort auf diese Frage nicht und findet aber im Atlas diese beiden Karten. Bestimmt hast du schon mal so eine ähnliche Karte gesehen. Auf der linken Seite siehst du eine Europakarte und sie zeigt dir die Länder Europas. Auf der rechten Seite siehst du eine Österreichkarte. Eigentlich zeigen sie ja für unsere Zwecke genau dasselbe, nämlich Österreich, wo sich Klagenfurt und Wien genau befinden. Irgendwie schauen die beiden Karten doch anders aus. Stoppe hier kurz das Video und schreibe in deinen eigenen Worten auf, worin die beiden Karten sich unterscheiden. Drücke danach wieder auf Play. Hast du wirklich nicht geschummelt? Probiere es selbst herauszufinden! Die beiden Karten unterscheiden sich nämlich darin, wie stark sie die Wirklichkeit verkleinern. Messen wir einmal gemeinsam die Entfernung von Wien nach Klagenfurt auf der Europakarte. Diese entspricht einem Zentimeter. Auf der zweiten Karte entspricht genau dieselbe Entfernung 5 cm. Aber wie geht das denn? Das liegt daran, dass die beiden Karten in einem anderen Maßstab gezeichnet wurden. Die erste Karte hat den Maßstab 1 zu 30 Millionen. Die zweite Karte den Maßstab 1 zu 6 Millionen. Die zweite Zahl bei der Maßstabangabe nennt man Maßstabszahl. Die Maßstabszahl gibt an, wie stark ein Objekt verkleinert wurde. Bei der ersten Karte wurde sehr stark verkleinert, da ja ganz Europa auf ein Blatt Papier passen soll. Deswegen ist die Maßstabszahl sehr groß. Wir haben hier die Maßstabszahl 30 Millionen gegeben. Solche Maßstäbe nennen wir klein. Bei der zweiten Karte ist die Maßstabszahl kleiner als bei der ersten Karte. Kleinere Maßstabszahlen verkleinern Objekte weniger stark. Deswegen nennen wir solche Maßstäbe groß. Wir haben hier die Maßstabszahl 6 Millionen gegeben. Das erkennen wir bei der Österreich-Karte daran, dass wir hier nur einen Teilerschnitt voll in Europa, nämlich nur Österreich sehen und der Rest Europas nicht mehr zu sehen ist. Versuche in deinen eigenen Worten festzuhalten, was eine Maßstabszahl ein kleiner und ein großer Maßstab ist. Halte dafür das Video kurz an. Schaffst du es? Dann sieh dir das Video weiter an. Sonst schau dir besser den ersten Teil nochmal an. Hier die Auflösung. Deine Antwort muss nicht genau ident mit meiner Musterlösung sein. Sie sollte aber ähnlich sein. Die Maßstabszahl ist die zweite Zahl bei der Maßstabsangabe. Ist diese Zahl groß, spricht man von einem kleinen Maßstab. Ist diese Zahl klein, spricht man von einem großen Maßstab. Schauen wir uns jetzt die zweite Karte ein wenig genauer an. Man sagt, die Karte ist im Maßstab 1 zu 6 Millionen gezeichnet. Das bedeutet nichts anderes, als dass ein Zentimeter auf der Karte 6 Millionen Zentimeter in der Wirklichkeit entsprechen. Realität ist nur ein anderes Wort für Wirklichkeit. Umgerechnet wären das dann 60.000 Meter oder 60 Kilometer. 2 Zentimeter auf der Karte würden dann in der Realität 6 Millionen mal 2 Zentimeter, also 12 Millionen Zentimeter oder 120.000 Meter oder 120 Kilometer entsprechen. 3 Zentimeter würden dann 6 Millionen mal 3 Zentimeter, also 18 Millionen Zentimeter oder 180.000 Meter oder 180 Kilometer entsprechen. Wie viel Kilometer würden dann 4 Zentimeter oder 5 Zentimeter auf der Karte entsprechen? Stoppe das Video kurz und schreibe deine Antwort auf. 4 Zentimeter würden dann 6 Millionen mal 4 Zentimeter, also 24 Millionen Zentimeter oder 240.000 Meter oder 240 Kilometer entsprechen. 5 Zentimeter würden dann 6 Millionen mal 5 Zentimeter, also 30 Millionen Zentimeter oder 300.000 Meter oder 300 Kilometer entsprechen. Erinnere dich daran, bei der Entfernung von Wien nach Klagenfurt haben wir auf dieser Karte auch 5 Zentimeter gemessen. Also ist Wien von Klagenfurt 300 Kilometer entfernt. Super gemacht! Jetzt wissen Katharina und Marie, wie weit Wien von Klagenfurt entfernt ist, nämlich 300 Kilometer. Wir können die zuvor berechnete Entfernung von Wien nach Klagenfurt auch mit Hilfe des Programms Google Maps kontrollieren. Stoppe dazu das Video und folge dieser Anleitung ganz genau. So kannst du herausfinden, ob unser berechnetes Ergebnis stimmt. Unsere Berechnung stimmt also wirklich! Mit Hilfe des Maßstabs berechnen wir also Luftlinien. Das Programm Google Maps gibt uns aber an, wie viel Kilometer wir mit dem Auto fahren würden. Aus diesem Grund ist hier die angegebene Entfernung von Wien nach Klagenfurt größer als unsere berechnete. Teste abschließend dein Wissen zu diesem Video mit diesem kurzen Quiz. Bei jeder Frage gibt es zwei Antwortmöglichkeiten. Notiere dir den Buchstaben, der bei deiner gewählten Antwort in Klammer steht. Alle Buchstaben zusammen ergeben am Schluss ein Lösungswort. Stoppe also das Video und vervollständige die Sätze. Das Lösungswort ist toll! Du hast dich echt wacker geschlagen! Das war's mit dem Intro-Video. Im Basic-Video geht es weiter mit weiteren Aufgaben, die wir gemeinsam lösen werden.